Ich bin Juliana Bonitz von TUM Entrepreneurship, was bei TUM Forte liegt und ich war an der University of Queensland in Australien. Was mich motiviert hat, war eigentlich sofort, als ich davon gehört habe, finde ich es einfach eine einmalige Gelegenheit, nochmal in einem safen Umfeld oder eine Art Programm ins Ausland zu gehen. Ich finde, das hat man sonst nicht oft nach der Universität. Das heißt, dass man an einen Ort kommt, da ein bisschen über das Ökosystem auch erfährt, integriert wird direkt an der Uni. Es war einmal einfach eine einmalige Gelegenheit. Dann außerdem noch die Vision oder das Ziel, dass man selber was ins Leben rufen kann. Also ich kann an eine Uni gehen und mit der gemeinsam vielleicht was Neues schaffen. Das war meine Zielsetzung. Also für mich generell war die Planung eigentlich relativ unkompliziert. Ich finde, online auf der Webseite kann man sehr gut sehen, was alles zu tun ist. Für mich persönlich war es, sobald ich den Entschluss gefasst hatte, einzelne Schritte. Es war einmal mir eine Uni raussuchen. Es war mir sehr wichtig, da einen Partner zu wählen, der passt, wo es Sinn macht. Und dann war der nächste Schritt für mich, mit meiner Leitung zu sprechen, das einmal abgesegnet zu kriegen, dass ich dann auf die UQ zugehen kann, um mit denen gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten. Und darauf aufbauen sind dann noch verschiedene Schleifen mit der UQ angefallen. Immer wieder Termine, Absprachen, wie genau mein Aufenthalt aussehen kann. Also mein Ziel war, was Neues zu kreieren. Das heißt, da mit Ansprechpartnern zu reden, Leute kennenzulernen, Startups kennenzulernen. Und dann halt zu gucken, okay, was macht Sinn. Also hauptsächlich waren es Termine, um dann zu gucken, okay, wie kann man vielleicht darauf aufbauen, wenn ich wieder von der UQ wegfahre. Und dann auch projektbezogen, eben weil ich mit Startups im Entrepreneurship-Bereich arbeite, auch mit TUM-Kontakten vorab zu sprechen. Also mit TUM-Startups und mit TUM-Ansprechpartnern, dass ich einfach total informiert rüberfahren kann. Also Highlight, ich würde sagen, einmal auf jeden Fall direkt, als ich angekommen bin, die Gastfreundlichkeit der Uni. Also ich bin angekommen, ich wurde über den Campus gepürt, der wunderschön ist. Ich kannte sowas nur aus amerikanischen Filmen mit einem großen grünen Feld in der Mitte, wo Studenten in der Sonne lagen, außenrum Säulengänge, Campusführung, dann direkt mit eigenem Arbeitsplatz, einen Hauptkontakt, an den ich mich immer wenden kann, da vor Ort. Also persönlich, natürlich, also ich würde sagen, einmal Netzwerk, dass ich persönlich da vor Ort, ich habe mit Leuten immer noch Kontakt, jetzt neun, nee, wie viele, sechs, sieben Monate später. Wir sind immer noch im Austausch. Dadurch habe ich dort vor Ort auch Locals kennengelernt, die mich in die Kultur mit einbezogen haben. Wir waren am Wochenende wandern. Diesen Dezember kommt eine Managerin von der Uni auch nach München, besucht uns eine Woche. Das freut mich auch sehr, auch wegen dem Austausch, dass ich dort war, hat sie gesehen, okay, TUM ist interessant, hier gibt es was im Bereich Entrepreneurship. Das ist auch was, was mich freut, also quasi was aus meinem Aufenthalt entstanden ist.